Katharina Bali, B. Lee, Sternchen, 19. November 1968 in Köln, ist eine deutsch-britische Juristin und Politikerin, SPD. Sie war von 2013 bis 2019 Mitglied des Deutschen Bundestages. Seit dem 2. Juli 2019 ist sie Abgeordnete des 9. Europäischen Parlaments. Tags darauf wurde sie zu dessen Vizepräsidentin gewählt. Zuvor war sie von Juni 2017 bis März 2018 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, von September 2017 bis März 2018 zusätzlich geschäftsführende Bundesministerin für Arbeit und Soziales sowie von März 2018 bis Juni 2019 Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017